das ganz bestimmten Grund dass ich dafür mit habe weil die müssen wir etwas trainieren die brauchen wir nachher woher weiß das denn das ist keine Ahnung es ist Prozent gefahren über lasst mich in Ruhe ich kann es nachvollziehen wenn wir beim Fliegen es ist echt mörderisch als ich dachte ein solcher zu sein hatte ich das Problem vergessen ich habe viel nachgeforscht wenn du oft nervös bist wird dir nicht übel aber man kann ja nicht immer nervös sein wenn du viel Platz hast ist es am besten während der Fahrt herumzulaufen manchmal hilft es auch sich zu strecken beim Militär verbrachten wir viel Zeit in den letzten Lastwegen das war ätzend und noch etwas was man während der Fahrt nie tun sollte lesen wenn dir schlecht wird gibt es nicht was du tun kannst es ist wirklich hart ruhig zu wissen dass es dir genauso ergeht weil ich fühle mich trotzdem aber jetzt wirklich Pilot im Training Azubi Pilot Level ab willst du los ja ja und endlich wir fliegen zwar müssen wir Richtung Juno das müsste ich hier Samberg hier zwei Uhr früher mal besser zugänglich jetzt leider nicht mehr so wir haben gesagt wir können Cloud auch in die hintere Reihe stellen wie jetzt Cloud hat erst Limitstufe 2 ist aber jetzt nicht dein Ernst oder ach sieh an sieh an okay ne gut schaffert das Limitstufe 1 naja rein da ja und was wir den Typen schon an Geld gegeben haben damit wir hier mit dem Aufzug fahren können da ist er richtig reich schon da müssen wir jedes Mal 10 Geld Schmiergeld quasi geben schnell rein mit dir ja weil sonst lässt er uns nicht rein gut Kaution also so Achtung und so ne jetzt haben wir erfahren nach oben ja genau und raus geht's für wie viel Geld haben wir eigentlich ach ja ein bisschen was haben wir gut aber leider noch nicht genug für die Sachen die ich vorhabe ich hoffe wir kommen dann mal zu Geld weil es gibt wie gesagt ein paar Sachen gibt's die müssen wir machen was passiert jetzt oh mein Gott eine Zwischensequenz äh kann ja sein ich täusche mich aber meint ihr nicht hier fehlt etwas er hat gesagt uns fehlt etwas aber es heißt hier fehlt etwas Bruder ja ich weiß auch nicht keine Ahnung uiuiuiui also dann zeigt mir wie hart ihr gearbeitet habt Achtung und los Peter das ist der Unterwasserreaktor komm zurück ja hier ist ein netter Effekt hier kann man die Sirene einschalten ups war das etwa ich ach ja ja kommen ja auch Gegner hm naja ist gut wenn Gegner kommen weil Wurfobjekte zu werfen will ich nicht kauf doch mal ding konnte nicht stehen ja ich will hier oh ich hab das Ding das ist ja cool ich hab das Ding wirklich manipuliert und Cloud hat hier wieder demanipuliert na super so was kann das Ding jetzt schönes kann das Ding jetzt Matra Zauber das ist toll weil jetzt ist die Frage mal gucken ob dieser Bug hier jetzt auch noch besteht ne besteht nicht mehr weil Matra Zauber ne blöde Matra Zauber hatten wir noch nicht ok naja weil es ist ja so toll hallo ich will doch nur ich will doch nur Mensch ich will doch nur Clown musste immer es übertreiben du kommst so greift er eigentlich 500 mal nacheinander und selten zu quasi regene jay ich will nur das Jaffi dem Ding was was glaubt konnte nicht stehen jetzt sollten wir jetzt sollen wir das Glücksplus doch Jaffi geben Alter du nervst du nervst ich glaub das mit dem Traum das lass ich ja mach mal Angriff ist besser und nebenbei noch manchmal etwas raub wenn geht wenn nicht geht auch nicht schlimm jetzt wäre interessant ob ich jetzt vorher Matra Zauber gehabt habe oder nicht hm ja das Ding greift echt 10 Milliarden mal hintereinander an finde ich ok wenn er das darf also dafür ist er jetzt kaputt ne Pech gehabt so gut rein da ok wie wärs wenn du im Leben bleibst kann ich mich da ausgehen ok na was wenn wir nun beide oh so spricht man nicht ja die greifen uns jetzt an warum auch immer ähm wir manipulieren eine mal und den anderen beklauen wir oh wir haben einen wirklich U-Boot Crew A Handgranate ja ist egal ich will die nur beklauen also das mit den klauen das klingt echt schon mal besser ich glaube ich sollte wirklich äh ähm schaffe ich das Glücksding geben ja doch das machen wir das sollte ja eigentlich helfen also so theoretisch ich schreibe ein Verständnis müsste das helfen Regeneration ja ich ziehe die Kämpfe echt mit diesem blöden klauen zieht die Kämpfe unnötigen die Länge mach ich gerne oh der erste ist kaputt und der zweite wird dann hoffentlich irgendwann mal von Taffi erfolgreich geklaut wie klaut nämlich auch ha 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 volle Wortwitze so Schillra Beta Menü ähm Barrett gibt das Glücksplus ab und gibt es Chaffi anstatt Boah das ist jetzt schwierig na super na super ne extra HP braucht die unbedingt die so schon fast nicht äh ja ja dann tun wir eben hier das alle bei Gift raus und geben wir hier das Glücksplus so Barrett bekommt dafür ja der soll hier irgendwie Analyse ja darf eine Analyse Substanz mitleveln ist ja auch schön so aber jetzt wirklich hallo ja äh ihr rittert sie zwei gut aussehende Männer ähm was okay zurück an die Arbeit äh ich bin müde für Juno ähm ja ja jetzt gucken wir mal ob das es besser geht wir probieren das weiter ich will die nur einmal zumindest beklauen nur einmal ja es ist schön Manipulation funktioniert witzigerweise immer aber stehen dafür nie ja ich weiß dass Chaffin Limit hat aber ich will ich will die doch nur beklauen ja ah das ist nein das ist nicht das ist nicht lustig kommt schon nur einmal wobei Chaffi eigentlich die einzige wäre wo Clown eigentlich funktionieren müsste weil die kann das ja sehr gut konnte ich stehen na ok eine Chance hast du noch Chaffi wenn das vergeigst ok hast du wohl äh nicht mal die eine Chance naja Wurst oh der Hund wuf 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 ich bin ja doch darf ich nicht ok ja und wir müssen immer weiter runter noch ein roter Knopf kann man drücken ne sieht das aus und ein Speicherpunkt speichern wir natürlich speichern ist wichtig sollte man regelmäßig machen wir haben noch ein Regionen Weg nach Yunen aber wir sind ein Level gestiegen schön und es geht noch tiefer runter und es geht noch tiefer runter vor dem Unterwasserreaktor vor dem Unterwasserreaktor oder werden wir natürlich reingehen und das Knöpfchen drücken klub wir fahren hier noch unten wir fahren hier noch unten haben wir jetzt eigentlich irgendeinen Aufruf habe ich euch hoffentlich alle gezeigt ja ich denke schon so ja ich sag mal so die oder manche Aufrufe oder gerne in manche Zauber werden wir sicher noch früher oder später sehen bei gewissen Kämpfen wieso habe ich eigentlich einen Wurf mit aber es ist merkwürdig kann ich die manipulieren kann ich die beklauen kann ich irgendwas mit denen machen oh manipulieren dann funktioniert ach wie schön nichts zu stehen Körperschlag und Öl und das dritte geht nicht ja mach doch mal Send auf dich naja gut 128 Schaden das ist ja gar nichts vor allem wir machen auch nicht unbedingt so viel Schaden also das kenne ich besser so das hätten wir auch Molotow ok ja und hier sieht man U-Boote und tolle Gegner wie Expertenkämpfer und Gewehrträger so wir werden den Expertenkämpfer beklauen und die Gewehrträger manipulieren und das funktioniert immer alles so erstaunlich gut also das manipulieren Körperschlag ok mach nochmal eine Kreative auf Expertenkämpfer das ist ja schön wenn sich die gegenseitig töten aha ok wir haben beide nichts zu stehen ja der soll sich mal selber töten tsching gut ja der wird wir haben halt kaputt die anormale Granate hat jetzt ah der hat eine Statusveränderung vorgesagt ok Cloud ist langsamer geworden kann passieren normale Granate oh miss schade neben daneben ne aha ja waren jetzt nicht so sonderlich toll die Gegner ah sehr schön alle haben wir ein Level erhalten es wird bald so sein dass wir alle auf Level 5 haben und ja es kann passieren dass wir die alle auf Level 5 dann verkaufen weil da bekommen wir ganz ganz viel Geld wir brauchen ja viel Geld das ist das Problem weil was wir noch vorhaben da brauchen wir viel Geld wir wollen ja sehr viel mitnehmen in dem Spiel haben wir ja gesagt ne zwar nicht hundertprozentig alles ich werde nicht jede Waffe kaufen ganz einfach weil ich nicht mal wüsste Autsch danke weil ich nicht mal wüsste wo die alles sind ja und ich mach dasselbe wie immer ich weiß nicht wieso dass ich da jetzt so anfange hier mit manipulieren und bestehlen und so aber naja nicht so stehen ok dann warten wir mal kurz ob das ja Cloud macht einen Gegenangriff sehr brav der Gegner macht wieder einen Gegenangriff Cloud macht nochmal also doch nicht schade ich dachte das wäre eine ewige Schleife ok kann man nicht manipulieren gut Manipulation nicht möglich schade auch Angriff 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 kann ich hoffe dass Chaffi bald mal über 2000 hat HP und ein Reaktor Du bist Cloud ja das stimmt hallo ich bin Cloud schön dich kennenzulernen Du bist eine nervige Wache, die ich jetzt beklauen werde. So sieht es aus. U-Boot-Crew. Diesmal wirklich. Ich könnte ja Morph währenddessen machen. Vielleicht kann ich ihn ja auch morphen. Habe ich Morph mal erklärt? Seht ihr das? Morph ist super. 819 MP. Morph zieht ungefähr nur ein Zehntel von den HP ab, die man sonst abzieht. Aber wenn der letzte Angriff ein Morph ist, dann verwandelt sich der gegen ein Item. Wahrscheinlich wird das nie passieren, weil ja, ich mach hier Katsching! Ich will den doch nur beklauen. Ich versuche jetzt Morph so lange, bis ich den beklaut habe oder bis ich den gemorpht habe. Ja, ich weiß, da werde ich dann zwar das ganze Letztball etwas in die Länge ziehen, aber darum geht es ja nicht. So. Einmal angreifen und dann morphen wir. Wahrscheinlich wird der jetzt eh kaputt sein. Ja, ist klar. Ups, das war zu viel. Witzig ist wirklich, dass ich die nicht beklauen kann. Oh, den Level plus 1. Ja, ich bin glaubt. Du bekommst die große Materie nicht. Ja. Mit der Ruhe, Leute. Das ist kein Problem. Ja, mach mal. Dann mal Angriff. Oh. Würde zum Thema Angriff. So, machen wir einmal Analyse. Schauts Limit. Das ist jetzt blöd. Ne, mach mal. Ich will das jetzt nochmal probieren. Somit, ähm... Ja, einmal, einmal kann Barrett auf jeden Fall angreifen. 72. Super. 203mm Granate gefunden. So. 560. Ah, heiße. Achso, jetzt mach ich nochmal Raub. Ne. Ne, aus. Gib nicht mehr zu stehen. Cloud, Sprungattacke. Achso, jetzt ist er kaputt. Schade. Gut, man hat gesehen, dass Cloud war jetzt nicht so... Ah, Schindrappetta. Sehr schön. Das Cloud war jetzt nicht so lukrativ. Aber das ist noch so. Du wolltest die große Materie also. Ja, sehr, sehr. Ah, das sind andere. Unterwasser MP. Ja, eine machen wir auf jeden Fall mal kaputt. Dinger zum Beispiel. Und den anderen werden wir beklauen. Und Barrett soll Regenerationen zaubern. Katsching. Oh. Wie, jetzt hält das nicht aus? Gibt's ja nicht. Ja, wir versuchen. Ja, da musst du aufpassen. Cloud macht Gegenangriff. Liebe Leute, wenn ihr nicht sterben wollt, dann würde ich an eurer Stelle Cloud nicht angreifen. Katsching. 69 Schaden. Rüse. Ja, ein Angriff wird ja schon aushalten. Ich mein, so schlecht werden die wohl nicht sein. Und die dürfen hundertmal angreifen auf einmal. Ja. Oh. Die sind ja noch schlechter als die... Ja, super. Ja, sehr schön. Keine Ahnung. So, rein da. Und hier sind wir im Reaktorraum. Oh, oh. Die große Materie. Ja, wie es aussieht, kommen wir zu spät. Hey, ein Kran-Spiel. Ach, ein Kran-Spiel. Ach, Jaffi. Du kindisches Ding. Die große Materie. Nein. Mist, knapp verpasst. Schnell weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.